ist das schön gut dass wir kein eisen haben ja wollte ich gerade sagen also müssen wir doch runter doch wir haben eisen aber wir haben kein masteriertes eisen ist das ja ich habe geglaubt das gemacht oh danke schön aber ich sehe dich übrigens auch nicht werde auch mal kurz ah da ist er aufgetaucht neben mir so jetzt wird eisen masteriert wir brauchen also wirklich massig so bei bio mats oder bei essen die kakaobohnen rein gut frage ich hab noch gar nicht zugeteilt okay bio materialien sind jetzt drin ich brauche eisen machen wir einen kompletten anschluss den können wir derzeit schon mal ein bisschen ach können wir nicht weil ich natürlich das unten abliegen lassen vorbereiten hier nicht so rumgammeln jetzt ich brauche noch ein wenig zitten und hier sind sonst noch nicht mal einst die klasse herstellen ich war langsam richtig gut im unterwasser bauen ja dann halte ich mal ran wirst du ab jetzt unser unterwasser baumeister er werde bin ich ja sowieso schon für ein server ja so eine iron pickaxe kann ich schon bauen wenn das holz habe ich noch ja das habe ich noch in der tasche warte ich lege es dir da rein wuuhu du bist schön reicht pf so alles also ich brauche erde du brauchst erde ähm haben wir hier und das kilo und das kilo weiße kann dir drei stacks vorbeibringen dreieinhalb ein paar guten gears wo bist du denn hier wo der cobblestone ausgebracht ist ja da bin ich da bin ich gleich oder du könntest mir schnell das loch füllen uuuh achso das ding hier füllen hm ich muss das wasser rauskriegen ok ganz nach unten hin oder ja weil unten drunter müsste hoffentlich die höhle sein weil sonst hätte ich jetzt dieses ding umsonst gemacht oh oh du hoffst ich hoffe ich komm schnell hoch oh du bist doch nicht so geübt äh nicht draufgehen wär gut ja das muss für halfcore getickt da schnell runter ja das geht sauschnell so und ein red star ach ne ich brauch das iron gear hier genau so ein mein nehmen soll und dann brauchen wir wenn das wenn der wenn ich dir mein wäre könnte ich es schaffen dass jürgen er säuft ja darf man nur nen deckel über mich machen hm mach ich ja schon hm ich merk das schon haben wir irgendwo glas mal halbungen haben wir glaub ich ein paar aber wir haben auch ein bisschen sand in der ja ich hab schon gesehen ich will jetzt einfach mal sand schmelzen hier mit charcoal so weil ich brauch nämlich tanks und oh gott ja einen tank hatten wir ja also jürgen der spielt definitiv das andere spielt zu oft warum tank jetzt braucht der tank ich brauchte erst ne pump vorhin brauchte ne pump jetzt brauchte ne tank tja solange das nicht früher hat man pumpen pumpen gebraucht und nen tank ja so kanns kommen als nächstes will er ne viper haben hm die will ich sowieso so jetzt gehen wir mal kurz raus ganz mutig wie ich bin huaah ist echt fast ins loch gefallen hier ritteschön ah buf der hat sich das doch jetzt gewesen so soll ich dir den Restdreck mitheben du könntest mal mitgehen ob ich das richtig mach äh merkste dann wenn der säufst ich brauch noch zwei glas komm schon ähm könntest du mir noch ein paar fatteln machen ähm ja mhm die rezepte sind ja auch irgendwie gar nicht komplizierter geworden oder so von forestry nö die sind total gut inzwischen also total einfach und das ohne gregtech äh ist denn gregtech hier schon raus nein gregtech ist wieder drin wir können im übrigen die rezepte deaktivieren jaja aber ähm jetzt ist es wieder drin seit gestern ok hat das einen bestimmten grund ja weil er Texturen gefunden ah der wollte es ja nur draußen haben wegen der Texturen faule Socke hast du gehört Manu faule Socke unglaublich ähm PS das Haus ist groß aber keine Höhle nur zur Info du kannst wieder an deinem Rad drehen so sehr schön dann komm ich ach ne wir sollten einen 3x3 nehmen hätten wir da mal auf macht sich besser ähm falls du Sand brauchst hätte einen gefunden jo können wir den Meeresboden jetzt abgrabbeln hier so weil ich habe nämlich gelesen nur bei einem 3x3 wird das Wasser schnell genug regeneriert dass es definitiv nicht leer laufen kann bei einer normalen Pumpe ist aber vielleicht ein bisschen doof gelegen egal ich will es jetzt erstmal versorgen ich sehe mich ups hau mich mal hab ich grad warum musst du auch dein Gesicht in meine Schaufel stecken tja sowas kann vorkommen weiß ich auch nicht ne die Erde sollte ich da so ich hoffe ja gerade ja der Sand ist ah Gottverdank der Sand ist nicht gefährlich ähm kliiiiiii klack klack und toll seht mir eine Golden Conductive Pipe ich krieg es echt boah kann uns einhelf bauen ja ich höre schon wieder eine Spinne ach ich baue schon nicht ich höre schon wieder einen Slime jetzt höre ich auch die Spinne ok dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Glas genau Gold Gold Glas und eine Kontakte ich bin gespannt wann ich die Schlucht gefunden habe ja dann müsste das ja schon fast da sein ja ich weiß ganz genau wann ich sie gefunden habe wenn dort steht Dreckskorpion ok das geht ja schon bringt natürlich nichts wenn die Puppe nicht angeschlossen ist ähm da ist schon ne Treppe ja wieso ist hier ne Treppe keine Ahnung wollen die Zombies auch schon raus scheint so warte mach aber bitte vernünftige Kopfhöhe rein also dann lieber noch ne Reihe mehr wegnehmen nichts Schlimmeres als sich ständig die Birne einzuhauen ja genau ok keine Ahnung wer diesen Gang gebuddelt hat ich bin unbewaffnet ich bin unbewaffnet ich bin unbewaffnet lass mich in Ruhe ich bin bewaffnet ich bin bewaffnet wenn er dir auf den Keks geht sag Bescheid ich gehs zurück ja keine Ahnung wer hier irgendwann mal sich lang gebaut hat irgendwer wird sich da wohl lang gebaut haben aber merkwürdig irgendwie weil ich eh schäm sind bei den Biomats oben zufällig noch ein paar Kakteen ne ich geh ja schon wieder hoch oder brauchst du noch mehr Fackeln? äh ja ich brauch noch Fackeln ich hab doch vorhin irgendwie mit Kakteen in der Hand gesehen warte schön bleib mal da da werden glaub ich noch keine Kakteen ich glaube schon ich glaube was denn weil gleich wirst du kannst du musst dir die Position merken falls ich tot bin ach so ich sehe keine dreck hattest du nicht gerade Kakteen in der Hand? ja ähm wo sind die? ich vermute bei mir ja das vermute ich leider auch denn haben wir nämlich jetzt vermute ich bin jetzt weiter unten ein Problem ach echt? frag mal Jürgen was ich für eins hab man kann Kakteen aber nicht mit Bohnenmehl wachsen lassen oder? das hab ich noch nie probiert ne ich glaub nicht einfach mal versuchen würde ich sagen so ich mach jetzt auch mal ganz verschwenderisch Bohnenmehlchen aber hoffentlich im Maserator genau ich sag ja ganz verschwenderisch nicht im Maserator im Maserator ist nämlich voll ausgelastet gerade aber ich glaube nicht dass das geht ne ok das geht nicht ist das ätzend so meinst du ich kann jetzt mal kurz bei dir vorbeischauen und mir meine Kakteen abholen? ja mittlerweile kann ich wieder davon reden dass ich noch leb und leben wird ja das weiß ich noch nicht wenn ihr noch Sand und so habt könnt ihr mir den auch gleich zuwerfen Ja, ich hab im Moment nur ein paar Treppen und ja, Vorsicht, Leiter. Leiter? Cool. Ich bin in den Ofen oben, hab ich jetzt ne Kippe mit Scherföl. Das ist mal wenigstens ein lustiges Geräusch. Au! Geh weg! Ich hätte gerne Kakteen, dann bin ich schon wieder weg. Und Sand, wenn du Sand noch frei hast. Und nicht ins Loch werfen, bitte. Ach, ich könnte mal von oben die Treppen runterwerfen, falls du die noch brauchst. Es steht ja schon wieder im Weg. Ich will Kakteen, ich muss weitermachen. Wieso nimmst du nicht? Willst du mich verarschen? Was gibst du mir? Maaan! Oh man. Okay, sechs Stück. Jürgen, du darfst jetzt Lava runterkippen. Super, danke. Was? Wenn du willst, kannst du mir auch noch den Sand zuwerfen. Ähm. Bevor du abhaust. Ach, du bist schon abgehauen. Ach, du bist wieder da. Ach, du bist wieder da. Komm mal schnell mit her. Willst du mir das am besten machen? Willst du mir das am besten machen? Ja, komm mal schnell mit her. Ich sehe schon gleich, wie ich hier mit meinem Material in der Tasche sterbe. Ja, das können wir ja zumachen. Ja, das können wir ja zumachen. So, was willst du denn jetzt hier machen? Da wollten wir dich die ganze Zeit herlotsen. Bevor du uns hast alle verrecken lassen. Okay. Ah, nicht alle. Wolltet ihr nicht herlassen? Ah, nicht alle. Schau. Ah, okay. Aber ich habe euch nicht verrecken lassen. Cool. Doch. Doch. Nein. Doch. Ich habe euch nicht verrecken lassen. Ihr seid verreckt. Und wo geht es hier hin? Ich will es glaube ich gar nicht wissen, oder? Da geht es dann ganz nach oben. Da, wo wir herkommen sind. Für den Kleinen muss ich auch noch ein Treppengeländer bauen. Ich bin gar nicht so tief gefallen. Wir spielen einfach mal Hardcore. Das ist wie bei Battlefield. Ey, ich spiele auch gleich mal Hardcore. Wo hast du die Charakteren fallen lassen? Wahrscheinlich sind die ganz runtergefallen. In die Lava auch verbrannt. Ich glaube ich habe das Wasser zugemacht. Ich weiß gar nicht wo ich jetzt genau hier runtergejumpt bin. Ich gehe mal gucken. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur ein paar Zahnräder. Ein paar Leitern. Ja, ich bin gerade schon wieder auf dem Weg. Warum habe ich eigentlich Leitern gehabt? Weil der Jürgen dir die Zugwaffen hat. Hier lang? Dann bin ich hier lang. Leitern? Ne, Leitern hatte ich doch gar nicht. So. Ich habe die Kakteen gefunden. Wo denn? Oh, da ist nochmal. Hast du das gebaut? Was? Ne. Alter Schwede. Alter Schwede. Diesen Treppenaufgang hier? Ne, ne. Nicht alter Schwede. Lieber eine Schwedenalte. So. Uah. Uah. Ne, ne. Man muss nicht alles herausfordern. Ich werde jetzt mal wieder schnell nach oben gehen. Bevor du das nächste Geländer nicht siehst, ne? Genau. Und die Kakteen habe ich ja. Ich hoffe, dass ich auch die anderen Sachen habe. Ja, so gut. Nö, die habe ich. So gut wie, habe ich gesagt. Reicht. Ja, es reicht ja, wenn ich draufgehe. Es sind ja noch ein paar Zahnräder. Ja. Steinzahnräder, mein Gott. Okay. Irgendwer konnte hier wieder kein Wasser abbauen. Da fließt das Wasser total schief. Ja, ich fass. Ich spür's nicht gerade. Hab zu wenig Zäune gemacht. Ähm. Ich wollte eigentlich jetzt Kaktus. Komm, die gehen wir auf den Keks. Kaktus kochen. Genau. Ich wollte Kaktus kochen. So. Ich baue gleich hohes Zeh. Jaja, immer mit der Ruhe. Was? Hohes Zeh? Hm? Ich mach mal sie. Ich mach mal sie. Ich mach mal sie. Ich mach mal sie. Oh. Der hat schon die Kinderfalle gebaut. Ja. Ich hab nur noch zu wenig davon gehabt. Hm. Aber ich glaube, die Sechs reichen mir auch immer noch nicht aus. Mist ey. Dass man die nicht masserieren kann und dann da, keine Ahnung, doppelte Menge rauskriegt. Du weißt doch. Manu sucht immer Herausforderungen. Boah. Ey. Wollen wir endlich wo? Hm. Aha. Da spielt jemand Spiele, glaub ich. Ja. Mein Bruder LOL. Er redet genauso künstlich auf wie Manus heute. Also muss das irgendwie ein komisches Spiel sein. Also die, die immer quiecht? Genau. Nee, die, die wurde nicht gesagt. Ja. Ja, die. Achso, ich wollte das mit dem Zaun weitermachen. Aber na gut. Können wir auch aus Kabbeln machen. Boah, jetzt noch drei Kakteen. Ich gebe recht. So, auf jeden Fall können wir fast nicht sterben. Hatten wir eine Welt, in der es Sand gab? Nee, wa? Ja. Aber das ist leider ein anderer Server. Ich meine hier. Nö. Äh, hier haben wir in die Berge. Do-mo-ma-hi. 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 Ach, da müssen wir hin. Jo. Ach so. Sag das doch. Äh. So, ich habe jetzt sogar die Treppe Sibi tauglich gemacht. Gab es hier Kakteen? Äh, nein. Meinst du Jürgen, jetzt überlebt das? Äh, gehe ich mal von aus. Ja, wo du dich alles von aus gehst. Du kennst mich doch. Wollt grad sagen, er macht das unmöglich. Nö. So. Irgendwie nervt mich es gerade, dass die Kakteen hier nicht fertig werden. Ah, einer. Aber. Sag mal einen zweiten Abstieg. Irgendwie müsste ich das da hier reparieren können, ne? Und ich verplemper mal ein Sibisai Glas. Nein. Oh Gott. Mein schönes Glas. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal an die Schreinerei oder den Carpenter. Ich werde es jetzt immer doppelt bezeichnen. Und werde den mal mit Hand befüllen. Um jetzt einfach zu erklären, was ich hier auch mache, ey. So. Wasser rein. Klack. Und Wasser rein. Das ist ja auch ein Let's Play. Genau. Und kein Let's Erklär. Ja, doch. Eigentlich schon. So. Ein bisschen. Und dann baue ich mir hier. Da baue ich nämlich Wasser für. Ein. Zwei Chipsätze. Kann jetzt erstmal ein bisschen rödeln. So. Und ich brauche flüssiges Glas ist hier drin. Müssen wir mal schauen, wie die goldenen Röhren gemacht werden. Golden. Electron. Tube. Gold. Und Redstone. Easy. Gold. Und. Oh. 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 Check. Check. Ich glaube da hat der Manu was falsch gemacht. Was denn? Siehst du, dass die sich connecten? Okay. Und noch ein Starry Case. Ja, die connecten sicher. Ja. ich. So. Willst du da ins Wasser? Ne, ich wollte das hier mal gucken, wie ich es gestoppt kriege. So. Ähm. Chipsatz. Und. Das ist glaube ich alles hier. Ja, das ist mehr, ne. So. Ein Arboretum. Und dazu. So. Jetzt sind was los. Gut. Ach, dieser Scrolling-Mechanismus, den finde ich so toll. Einen Squeezer müssten wir auch noch bauen. Ach ja, hinten ist auch noch Wasser. Na egal. Und dazu brauchen wir einen Harvester. Müsste der locker. Müsste auf deutschen Holzfäller sein, oder? Ne, der Harvester ist äh. Oder fast er. Ah, jetzt Combine. Combine heißt das Ding, glaube ich. Ja. Das heißt Combine. Oh, das ist ja nochmal quasi das gleiche Rezept. Nur mit Eisenröhren. Okay. Das kriegen wir doch hin. Oh, Eisen haben wir ja. Und Mars. Ja. Boah, ich höre hier überall Zombies. Ich sehe aber keinen einzigen. Ne, die sind alle unter uns. Die freuen sich schon, falls wir hier runterkommen. So. Ganz schön nervig ist das. Hm. Oder meinst du, dass ich hier ausleuchte wie ein Kranke? Ja. Damit haben wir das auch. Da baller gerade auch mehr Fackeln als alles andere. Habe ich den zweiten Circuit eigentlich mitgenommen? Natürlich nicht. Guck mal, die Technik ist äh, da ist es auch. Äh, ja, aber ich brauche ein Small äh Circuit Board. Das ist äh, ein wenig anders. So. Kann dir da nicht helfen. Iron? Ne, ich hab eins. Ist okay. Iron? Wieso sehe ich mich die ganze Zeit runterfallen? Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit runterfällst? Kannst du in die Zukunft gucken? Ha. Das ist unter Umständen Tatsache möglich. In Minecraft? Ja. Du hast so ne böse Vorahnung. Ja, jetzt hab ich Zug gebaut. Und mein Bot. So. Und damit haben wir ein Combine und eine Farm. Das heißt im Klartext, ich kann jetzt anfangen eine Farm aufzubauen. Ist das nicht toll? Natürlich nicht mitten in der Nacht. Hm. Aber warum denn nicht? Och, Ofen. Ich würd' sagen. Pssch. Er hat Angst um seine Gesundheit. Achso. Ich hab eher Angst um die Farm. Ich würd' sagen, wir haben ja schon bei der Cactus Farm was schönes. Erdicht? Oh ja. Oh ja. Was? Bei der Cactus Farm gibt's was zu entdecken? Andere Welt. Andere Welt, genau. Achso, achso, ja. Hm. So, okay. Ähm. Kommt mal einer runter und schaut, ob wir das noch ein wenig weiter ausbauen wollen. Wollen? Warte. Ich bin grad hier oben systematisch alles im Abfarmen, aber ich komm gleich mal. So. Eigentlich macht es keinen Sinn noch irgendwas auszubauen, oder? Ne, wir können ja hier mittlerweile Stationen reinbauen, soviel wie ich die jetzt hier ausgehoben hab. Ich bräuchte jetzt natürlich spontan noch einen Kaktus. Hm, mir ist grad so ein bisschen zu viel Lava an der Ecke. Ähm. Boah, ich hab schon wieder irgendeinen Zischen an mich gehört. Ich glaub, ich klopp jetzt einfach mal einen noch weg hier und dann ist mir egal. Hier sind wieder drei da. Ah! Nicht am Kaktus sterben. Nicht am Kaktus sterben. Fang schon wieder an mich zu verlaufen hier. Huch, ein Kopfloser. Halloween ist vorbei, ich hätte seinen Kopf ruhig auflassen dürfen. Ab und zu. Da müssen wir auch mal ein bisschen kopflos durch die Gegend ran. So. Und? So, machen wir das mal Jürgen konform. Schläuche... Ach, du meinst hier oben unten. Ich dachte grad, ich müsste die Treppe runter. Nö, nö, hier. So, jetzt werden die Maschinen auch automatisch mit Wasser befüllt. Zumindest die, die mit Wasser befüllt werden muss. Das ist aber jetzt noch, ähm... Mhm. Okay. Oberhalb der Schlucht. Ja, ja, klar. Sicher, dass die unter uns sind? Das hört sich so an, als wenn die überall neben uns wären. So. Ist voll. Also, momentan hört sich so an, als... Aha. Ich weiß, wo sie sind. Wo denn? Du bist immer zu mir. Guckuck. Ich höre hier aber auch grad ein. Würdest sagen, ich hab da was gefunden, oder? So. Das scheint hier alles zu funktionieren. Sehr schön. So. Wie sieht's denn mit Tageslicht langsam mal aus? Ja. Natürlich nicht. Ja, ja. Jetzt hat er einen Cobblestone in der Hand. Ich bräuchte auch noch einen. Ja, ja. Das witzige ist... Fangen wir auch schon an zu klauen, wie die... Ihr hättet mir ja ruhig mal sagen können, dass ich die ganze Zeit noch auf Höhlen geräuscht bin. Hab ich doch. Haben wir. Cool. Dann hab ich einfach mal nichts zuhören. Ich hab doch nicht umsonst gesagt, drehen wir an deinem Rad. Ja. Wir haben dezent Hinweise gegeben. Wir wollten es nicht so direkt sagen. Ja. Ich hab's direkt gesagt. Aber indirekt, äh... Es war völlig egal, ob direkt oder indirekt. Anscheinend scheinbar ich gar nicht mitgekriegt zu haben. Ja. Es heißt auf Deutsch, du hörst uns einfach nicht zu. Genau. Das ist der einzige Grund. Ich höre euch einfach nicht zu. Ich bin jetzt nur grad am überlegen, wie ich das ganze Ding mit Energie versorge. Ähm. Okay. Wie gesagt, ich muss nach oben. Ich auch. Ich fange nämlich an zu hungern. Hm. Ich hab nur noch eine halbe Kollen. Ich hab nur noch eine halbe. So. Ich kann dir, äh... Kommst du auch rauf, oder bist du schon oben? Ich bin... Ja, ich geh jetzt nach oben. Nach Hause. Da. Ich hab dir was hingelegt. Bevor du mir ganz verhungerst. Ja, das wäre äußerst doof. Verhungern macht sich echt nicht gut. Hallo, grüner. Ja, von sonst nicht auf der Schwierigkeit. Dum 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 dum. Ne. Vor allem ich hab das Essen nie überlebt. Oh, baked potatoes. Jam 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 jam. Fällt noch Quark dazu, der Kräuterquark. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Kräuterquark und so. Ich bräuchte noch ein bisschen Iron Ohre. Iron Ohre? Äh, hab ich. Hab ich. Hab ich. Habe ich. Iron Ohre kann ich dir geben. Ich hab schon. Ah, Iron Ohre. Ich hab doch schon... Oh, Leute. Ich hab auch eine andere Ohre. Kann dir auch noch Tin Ohre und Copper Ohre geben. Und Titanium Ohre. Und die hast du auch noch verloren. Dankeschön. Bleed Ohre. Copper Ohre. Und Cobblestone Ohre. Achso. Jetzt ist die Frage, wie ich das am dümmsten antreibe. Ich würd sagen mit einer Small Electric Engine, oder? Und einer Solarzelle. Ja, du hast schon mal so viel Tate jetzt. Nein. Hat er nicht. Hat er nicht. So. Trinken wir mal einen Schluck Milch. Wenn ich nehme, ich erst mal Sterlings. Ist ja egal. Können wir mit Sterlings anfangen. Nein. Dafür brauche ich Kabel, was Stone Gears. Passt schon. Kommt da halt zwei Sterling-Endings ran. Vom Ausbau her machen wir langsam einen ganz gewissen Wolf auch Konkurrenz. Ah, den Wolf. So. Ich hab mal ein bisschen das Cobblestone kompakter gemacht. Das ist schön. Ähm. Jürgen. Ja. Ähm. Besorg dir mal ein Schwert. Ich hab eins. Ein Schwert. Schwert. Komm mal mit zu mir. Ich bin unten im Keller. In unserem Keller. Jo. Jo. Jo.